Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Nia und herzlich willkommen zum nächsten WWE-Video. Ja Freunde, ihr seht, ich bin gerade im Menü, ich bin jetzt gerade nicht bei der Karriere, sondern einfach hier im Hauptmenü, denn heute gibt es mal eine Premiere auf dem Kanal, das habe ich noch nie gemacht, seitdem ich WWE, glaube ich, auf diesem Kanal spiele. Höchstens einmal habe ich das gemacht, ich weiß nicht mehr so ganz, aber könnt ihr euch mal daran erinnern, habe ich das einmal gemacht oder nicht? Einfach mal einen Online-Kampf gegen jemand anderen auf dieser Welt. Einfach gegen irgendeinen mal Online-Kämpfen, lasst euch mal ins Abwechslung, gucken wir uns mal an, wie das so ist. Es gibt ja viele verschiedene Modus hier, mein Spieler ist halt meine Karriere, da kann man halt das machen, was wir gerade machen oder Road to Glory. Dann gibt es WWE-Universum, da kann man auch was neu starten, ich weiß nicht genau, was das ist und es gibt WWE-Online. Da klicken wir jetzt mal drauf, da können wir ein schnelles Spiel machen, WWE-Live, Team-Builden, Privat, da mache ich auf jeden Fall mal schnelles Spiel. Und Privat, das wäre auch mal vielleicht so eine geile Sache, wenn man streamt, da gegen ein paar Abonnenten zocken oder so mit WWE-Matches. Aber eine enttäuschende Sache ist da leider, Leute, und zwar, ich kann einfach nicht auswählen, dass ich Elrilla habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie kann man den Charakter exportieren, das würde ich mal gerne wissen. Machen wir mal ein 1 gegen 1, dann gehen wir mal auf, guck mal hier, erstellt der Superstars, kann ich nicht auswählen, aber heruntergeladen. Ich habe ja ein paar heruntergeladen hier, John Cena 06, da haben wir noch den, der Kurt Angel. Sollen wir mal Kurt Angel nehmen? Ich glaube, das wollt ihr auch mal sehen, weil deshalb, sage ich mal, der Cover ist da. Und dann nehmen wir mal den von 2006. Möchtest du nach Gegnern suchen und die aktuelle Einstellung verwenden? Welche aktuelle Einstellung? Das würde ich mal gerne wissen. Was für aktuelle Einstellung, ne? Ja, ich denke mal, das wird schon so passen. Aber wir werden jetzt mal, abseits der Karriere, einfach mal ein Online-Match machen und schauen dann mal, was dabei rumkommen wird. Die Karriere wird dann übermorgen weitergehen. Dort ist es ja auch gerade mega spannend, Alter. Also da wird es übertrieben abgehen, Leute. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir jetzt hier einen Online-Gegner finden. Ich hoffe, der findet überhaupt einen. Ich hoffe, Leute zocken das überhaupt online. Und mal gucken, ob wir da überhaupt ein bisschen mithalten können. Oder ob da jetzt ein richtig krasser kommt. Lassen wir uns überraschen, Leute. Heute mal ein kleines Special. Ab geht's. Ach krass, guck mal. Oben rechts, das können wir jetzt, glaube ich, nicht sehen. Da steht aber jetzt Gegnersuche. Und während man den Gegner sucht, kann man ähnlich wie bei FIFA quasi in der Trainingsarena ein bisschen sich aufwärmen. Na, ist auch nicht schlecht. Aber ich hoffe, der sucht jetzt nicht allzu recht. Oh, der hat einen gefunden. Da steht Gegner gefunden. Daten werden ausgetauscht. Das Match beginnt gleich. Das Spiel kann gerade nicht pausiert werden. Okay. Da bin ich mal gespannt, Alter. Wer uns da jetzt erwarten wird, ob wir jetzt auf die Fresse kriegen oder nicht. Das ist wirklich mein erstes Match. Ich bin nicht so ein Faker, der euch jetzt 10 Matches macht und nur dann den besten Kampf sagt. Und sagt, es ist mein erster. Nein. Das ist wirklich mein allererster Kampf. Mal gucken, ob wir hier mithalten können. Leider nicht mit El Rille, was mich mega abfuckt. Deshalb schreibt immer mal in die Kommentare fürs nächste Mal, wie man das ändern kann. Und würde ich sagen, Leute, ich bin gespannt. Wir starten jetzt rein ins Match. Let's go. Was ist das denn? Ich kämpfe gegen Donald Trump. Was ist? Hä? Was ist denn jetzt los? Das ist Donald Trump. Ich fick mein Leben, Alter. Was ist denn jetzt los hier? Digga, das ist einfach Donald Trump. Ich komm nicht klar. Der hat einfach Donald Trump. Hä? Digga. Okay, jetzt Konzentration auf den Kampf, weil den will ich nicht verlieren. Digga, einfach Donald Trump. Der hat Gesamtstärke 100. Guck mal, das ist doch so geil, Alter. Das sind sehr stellte Charaktere, Mann. Da habe ich ja letztes Jahr auch schon einige Folgen mit Kollegen gebracht. Aber ich hätte jetzt am wenigsten mit Donald Trump gerechnet. Ich dachte, jetzt können nur Leute gegen mich kämpfen, die keinen normalen Charakter haben. Hier, Alter. So, jetzt reicht es aber hier. Oha, er kontert. Ui, jo. Digga. Wir kontern zurück. Was macht der richtig Bock, so Online-Kämpfe, Alter? Da weiß man. Er kämpft gegen einen Menschen, Alter. Das ist der U65-Juan. Stuf. Oha. Wie der kontert, Alter. Das ist ja ganz anders als gegen Computer. Ey, wie geil das einfach ist. Zu spät gedrückt. Ja, hier. Ey, wieder zu spät. Ja, okay. Hier ist ein bisschen Delay. Wie bei FIFA Delay. Hi, hi. Nein, Spaß. Komm. Ey, geile Scheiße, Alter. Das können wir ruhig mal öfter bringen, so ab und zu als Abwechslung. Komm, pack ihn dir. Jawohl, Alter. Er hat nicht gekontert. Eiei. Ist das aber ein normales Match, ne? Das heißt, wir können... Jawohl, hier. Der Kurt Angel, Alter, gekontert. Wow, 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 wow. Digga, Alter. Was macht der da für Moves, hier, der? Hä? Was macht der da? Ei, 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 ei. Einfach Donald Trump, Alter. Komm mal her. Digga, Mann. Der nimmt mich komplett auseinander. Lass dich rausrollen. Komm doch raus, wenn du Eier hast, hä? Wird man ausgezählt oder nicht? Das würde ich mal gerne wissen. Ich will die Sommer zählen. Ja, man wird ausgezählt. Oh Mann, der will jetzt auf mich springen, glaube ich. Oh nein, was mache ich da? Was mache ich da? Nein, Alter, das wollte ich nicht so. Oh nein, der Signature. Oh nein, was hat er für ein Signature? Digga, den müssen wir kontern. Safe müssen wir den kontern. Ich habe gekontert, Leute. Ich habe gekontert. Jawohl, Alter. Das ist aber nicht sein Signature. Wir können aber nicht kontern, Leute. Wir haben keinen einzigen Konterbalken. Das heißt, jetzt sollten wir erstmal ein bisschen chillen, bis sich der Konterbalken auflädt. Digga, sein Donald Trump hat Stärke 100. Wir haben 91, ey. Wie geil, Alter. Leute, schreibt mal. Lasst einen Daumen nach oben, ey. Das ist doch total geil, ey. Weg, 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 weg. Ich muss erstmal ein bisschen aufladen, damit wir auch kontern können, sonst kann ich nicht kontern. Guck mal, wie der Donald Trump sich feiert. Ich feiere den Typen ab, normalerweise gerade mit dem kämpft, ne? So, jetzt können wir wieder kontern. Er sagt, ich soll reinkommen. Okay, dann komme ich jetzt rein, während er sich, während er jubelt, kriegt er den hier vor mir. Oh, nein. Und wir kontern zurück, oder, Leute? Ich hab doch gekontert. Ey, ich hab gekontert, Mann. Scheiße. Roll dich raus, Brudi. Oh, nein. Der macht geladenen Finisher. Oh, mein Gott. Den müssen wir kontern, Leute. Jawohl. Nein, zu spät. Ey, man muss den, glaube ich, noch früher drücken. Digga, Alter. Wir werden ja... Die Road Break. Jawohl, Alter. Road Break. Digga, ich werde meinen ersten Kampf safe verlieren. Der Typ spielt übertrieben gut mit seinem 100er Donald Trump, Alter. Was ist denn hier los? Präsident von Amerika, Alter. Was will der? Ey, zu spät, Mann. In der Karriere wäre das alles gekommen, ey. Dile ist sein Urgroßvater. Nein, Mann. Kein Ausreden auf Dile, ey. Der Typ feiert sich die ganze Zeit, Mann. Der geht da... Ey, wir kriegen ja übertrieben auf die Fresse hier, Mann. Ich will aber mit El Rille kämpfen, Mann. Da ist dieses Feeling noch mehr da. So, jetzt spring noch auf uns. Ja, krabbel weg, krabbel weg. Krabbel weg. Ey, der demütigt uns ja richtig. Ey, wieder zu spät. Jawohl, jetzt endlich mal. Komm. Boom. Ey, er kontert alles, Mann. Er kon... Digga, das kann ihn nicht so auf mir sitzen lassen, Alter. Das kann ihn nicht so auf mir sitzen. Entkomm, entkomm doch, Mann. Ey. Wieder zu spät, Mann. Obwohl... Ey, in der Karriere ist sowas immer safe. Alter, wir kriegen so aufs Maul, ne? Kurt Angel auf seine dicke Glatze, Alter. Oh, nein, Mann. Alter, fuck. Ey, wieder zu spät? Oh, Mann, Leute, Alter. Zu früh jetzt. Ey, 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 ey. Mann, wir kriegen so aufs Maul. Wieder zu spät. Ich drück genau, wenn es steht. Ey, Leute, ich werd mir das so nicht gefallen lassen, aber... Ey, Alter. Ich hab gekontert. Jawohl, das war sein Signature, oder? Jetzt haben wir den Signature. Nein, Kurt Angel. Nein, 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 nein. Komm. Ey, er fliegt genau in seine Faust. Wir haben sein Signature gekontert. Das ist sehr gut. Nein, nein, nein. Oha, immer zu früh. Entkomm doch, Mann. Ich drück die ganze Zeit auf entkommen. Wir müssen ihm jetzt ein Signature geben. Zeigen, dass wir noch da sind. Digga, wie schnell der schlägt. Das kann man nicht blockieren, Alter. Der hat wieder Finisher. Ey, das ist anders, Mann. Der Typ, der fickt uns wortwörtlich ins Knie. Ins Knie, wirklich. Wieder zu spät. Und das war sein Finisher. Ja, das ist das Ende, Alter. Leute, wir machen definitiv noch einen Kampf. Aber jetzt. Wir wurden einfach nur massakriert. Er will doch mit uns spielen, Alter. Er will doch mit uns spielen. Wieder zu spät. Ey, wir müssen erstmal das Timing dafür finden. Wir müssen erstmal echt das Timing dafür finden, Alter. So. Jetzt komm raus, wenn du noch Eier hast. Versuch den draußen zu besiegen. Hä, komm her. Hä, komm her. Wolle, der kommt raus. Jetzt gibt es erstmal eine Bombe von mir. Warm, Junge. Warm. Ey. Der Typ ist so krank im Kontern, Alter. Mein Gott. Oh, nein. Ey, ich hab... Kreis, 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 Kreis. Oh, wie lange wir brauchen, um das aufzuladen? Alter. Wir werden gleich ausgezählt, Leute. Das ist schon klar, ne? Der Typ zerstört uns einfach noch. Ey, wieso steht er... Das fuckt mich grad so ab, Mann, Alter. Ich drück eigentlich pünktlich drauf. Jetzt auch wieder. Ich hab gedrückt. Jetzt muss eigentlich der Konter kommen. Jawohl, da ist der Konter. Jawohl. Wir müssen jetzt durch Pinfall gewinnen, durch Dings, Bruder. Sieben. Der muss ankommen. Der kommt an, Leute. Oh, mein Gott. Jiga, was ist das für ein Scheiß-Signaturen und Missgeburt? Wieso dauert der so lange? Ich muss doch jetzt rein, Mann. Ey. Fick dich doch ins Knie, Alter. Ey, wieso macht der so einen langen Signaturen? Der wäre die ganze Zeit am Boden. Wir hätten gewonnen, Mann. Ey, Leute, das macht ja so eine Laune, Alter. Wir machen noch einen Kampf. Guck mal, das ist ein Donald Trump, ey. Wie geil das ist, Mann. Das macht richtig Laune, oder, Leute? Oh, gegen John Cena. Serco Nisse. Okay. Komm her, Alter. Mit seinem John Cena, Alter. Komm her. Bam, Junge. Den machen wir jetzt platt, Alter. Dieses Match werden wir jetzt gewinnen, hier. Der hat sein Mikrofon noch an. Dann sagt doch was. Der macht deinen Maul auf, hä? Mach doch deinen Maul auf, du Hund, hä? Komm her. Stuf. Boom, Junge. Jawohl, es läuft, Leute. Es läuft. Guter Start hier. Oh, jetzt kontert er. Okay, jetzt kontert er. Was will der, hä? Denkt er auch, der kann mich hier provozieren. Ich schwöre, mit dem mache ich jetzt kurz einen Prozess. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefällt. Ich finde es mega geil. Man könnte ja auch gegen Abonnenten kämpfen und all das. Was? Hier kriegst du eine Kopfnuss. Ja, Mann. Ich glaube, den machen wir platt, Leute. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Puh, der gehört Angel. Der rastet richtig aus. Guck mal jetzt, Leute. Das ist doch. Fidula springt da rüber, Bruder. Macht ihr das nicht? Springt ihr da nicht rüber? Ne, springt nicht rüber. Der gehört Angel ist nicht so einer. So ein Seiltänzer. Der legt sich immer lieber auf die Schnauze. Ne, warte mal auf John Cena. Komm, jetzt machen wir die anderen immer. Schön, ein bisschen jubeln. Hey. The gehört Angel ist da. Ziel ist rechts. Ja, komm her. Hä? Komm rein, wenn du Eier hast, hä? Du musst reinkommen, nicht ich, mein Freund. Der Gäste ist dein Ernst. Du machst jetzt die Schuhe doch sauber. Ist das dein verdammter Ernst? Okay, jetzt hole ich mit denen. Soll ich mich jetzt holen? Soll ich mich jetzt einfach mal auseinandernehmen? So. Krieg jetzt schon auf die Fresse von mir hier. Oh nein. Boah, das ganze Stadionstreit John Cena, Alter. Guck mal, der sich am Fahren ist, Alter. Komm, steh da auf, steh da auf. Hey, steh da auf. Digga, will er mich komplett verarschen, der Lappen, Alter? Den mach ich komplett platt jetzt hier. Aber der Trump grad war krank, Mann. Wie der gekämpft hat, der heftige Scheiße, Alter. Merkt man echt. War ich noch für ein Amateur bin in der W. Hä? Was, Cena, hä? Hier, komm, geh mal wieder zurück in den Ring rein, ey. Dem mach ich jetzt platt. Der wird von mir jetzt sehen. Komm, jetzt machen wir auch mal wieder die ganze Show. Komm, ey, was ist los? Oha, wieso steht da so schnell auf? Hallo? Hier, Alter, ich hab gekontert. Ja, mein Netz klappt schon besser. Man braucht dafür echt ein gewisses Timing mit dem Kontern. Alter, wieder zu spät. Guck mal, zu früh. Zu früh? Zu früh? Ei, 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 ei. Oha, Alter, hallo. Reicht doch. Komm, Gott, Angel, Alter. Komm da raus. Ey, du scheiß Kettenwrestling. Der hat mich grad voll in Gefangenschaft. So, jetzt aber. Jetzt pack ihn dir. Und jetzt kriegt er mal schön auf die Fresse, Alter, hä? Boah. Ey, Angel geht richtig ab. Man ist ganz anders, als wenn man mit El Rille kämpft. Man schmeißt ihn mal zu der Ecke. Das ist geil, wenn man weiß, dass das ein Online-Zocker ist, ne? Das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil, ey. Den haben wir grad eigentlich gut im Griff hier. Natürlich bin ich nicht der Schlechteste, aber der Trump, Alter, von dem hab ich grad echt Respekt, was der da mit mir angestellt hat, Leute. Seid mal ehrlich, Mann. Der Trump hat komplett eskaliert, Alter. Boah, Junge, geil, Alter. Komm her. Oha. Das hat den Match noch nicht gewonnen. Wir sind noch grad gut am Kontern, aber er kommt grad auch langsam wieder rein. Er hat keinen Konterbalken. Er hat keinen Konterbalken. Wir aber auch nicht mehr. Scheiße. Wir können jetzt nicht mehr kontern, Alter. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Mann, lad dich doch schneller auf. Entkommen, entkommen. Warum entkommt der nicht? Ich hab die ganze Zeit extra draufgedrückt, ne? Jawohl. Er hat aber auch keinen Konterbalken. Doch, jetzt hat er wieder einen. Wir haben gar keinen. Oha. Was ist das denn? Wo fliegt der denn hin? Jawohl, wir kontern. Und jetzt gib ihm den Signature. Gib ihm. Ey, Mann, wieso macht der den nicht? Wir können wieder nicht kontern, Alter. Der haut uns grad so auf die Fresse. Wir haben wieder... Wir haben weniger Leben als der Mann. Mann, ey, der Typ kommt echt krass zurück gerade hier, ne? Der macht Comeback des Jahres. Ja, jawohl, Alter, jawohl. Wir chillen jetzt erst mal wieder ein bisschen, Leute, bis sich hier unser Konterbalken aufgeladen hat. Er kann mir die Eier lecken, ne? Komm doch her. Kann ich ihn jetzt verarschen werden, ne? Komm her. Ah, Scheiße, komm her. Komm her, du Lappen, ne? Den willst du verarschen, ne? Guck mal, der geht immer extra zurück und nach vorne, ne? Gleich hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Hier, zack. So. Komm her. Jetzt geh rein, Junge. Steh auf. Und gib ihm den Signature. Da kommt der Signature auf seinen Rücken. Da ist er. Der Signature. Zack. Ey, wir hätten grad den ersten Kampf sogar vielleicht gewonnen gegen Trump. Aus dem Nichts hätte sich das Blatt gewendet, wenn sein Scheiß-Signature nicht so lange gehen würde, Leute. Seid mir ehrlich, Mann. Jetzt ein geladener Finisher. Komm. Oha, der hat Comeback. Oha, hat John Cena hat Comeback? Oh nein, er kontert. Er hat Comeback. Ei, 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 ei. Boah, Digga, die wir gekontert haben, Leute. Doppelter Konter-Monter. Lade dich auf, lade dich auf. Komm, und jetzt ein geladener Finisher. Ey, wie schnell der aufsteht, ne, der John Cena? Guck mal jetzt. Warte, wie schnell ich das jetzt machen will. Also, zack. Und Finisher. Jawohl, da ist der Finisher. Er kontert nicht und direkt der Pinfall hinterher. Komm schon. Bitte kein Roadbreak. One. Two. Nein, er kommt raus. Wie kommt er da raus, Alter? Bin mal gespannt, ob das wie in der Karriere ist. Ja, Online-Kämpfer als Abwechslung machen mega Bock, Alter. Leute, das ist ja... Der hat Signature, Mann. Das ist gar nicht gut. Oh, der den rausschmeißt, Alter. Das ist zu krank. So. Und jetzt. Stock für Allah. Oh, Junge. Geil, Mann. Nehmen wir gleich auch wieder Signature. Stuff. Jawohl, Alter. Der hat gut unter Kontrolle, Mann. Er schafft es nicht zu konteren, wenn wir so viele kleine Schläge... Oha. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Warum kann ich nicht... Warum wird das mit dem Konter nicht angezeigt? Hallo? Ey, Konteranzeige wird nicht angezeigt. Warum? Erklärt mir. Erklärt mir das. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht kontern. Jawohl. Es wird aber nicht angezeigt. Digga. Das ist... Jawohl, Alter. Hä? Komm her. Das ist ein geiles Match, Leute. Das ist ein geiles Match. Komm her, hä? Du ziehst den Kürzerin, wenn du reinkommst. Du musst rein, nicht ich. Du musst reinkommen, nicht ich. Und da ist er. Und ich hau dich erstmal um, Digga. So, jetzt einschlag, dann haben wir das Signature. Komm. Stuck. Jawohl. Signature. Hebe ihn auf. Und jetzt warte mal. Komm, meine Taktik ist immer eine Faust. Oh nein, nein. Nicht so eine fette Faust. Jawohl, wir kontern zurück. Jetzt müssen wir riskieren. Signature. Jawohl. Er schafft es nicht zu kontern. Da, da, da. Mach direkt Pinfall. Danach Pinfall. Wir brauchen keinen Finisher mehr, Leute. Er hat komplett kein Leben. Er hat komplett kein Leben. Oh nein, aber Roadbreak kann kommen. Roadbreak. Nein, Roadbreak. Aber nein. Komm, komm. Einfach versuch. Versuch, versuch, Digga. Versuch. Riskiere. One. Two. Ey, wie kommt er? Er hat auch noch Finisher, Mann. Wie kommt er da raus? Weil das muss doch total schwer sein. Egal, komm. Jetzt versuch mal hier, den geladenen Finisher auszuweichen. Das will ich sehen, Digga. Das will ich sehen. Komm. Komm her, hä? Weich aus. Komm, weich aus. Weich aus. Jawohl. 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 Das muss sein Ende sein. Leute, da wird er niemals rauskommen. Das muss das Ende sein. One. Two. Three. Boom, Alter. Was ein geiler Kampf. Wir gewinnen das Second Match hier. Mit Kurt Angel. Wir haben hier aufgeräumt, Leute. Geiles Ding. Geiles, geiles Ding, Alter. Ja, Freunde. Und das war's dann an dieser Stelle von diesem kleinen Special. Oh, fuck. Schluck auf. Übermorgen geht's dann weiter mit der Karriere. Da wird's mega spannend werden. Royal Rumble wird euch erwarten. Schreibt mir mal in die Kommentare ein, wie euch das gefallen hat hier. Erstes Match sind wir natürlich untergegangen. Aber wir haben fast durch den cleveren Schachzug, in dem wir draußen geblieben sind, gewonnen. Zwar, ich finde, ohne Pinfall zu gewinnen, ist nicht so ein richtiges Gewinn. Das ist so wie beim Fußball im Elfmeterschießen zu gewinnen. Aber, ich finde, wir haben den fast besiegt. Man, hätten wir einen Signature, der nicht so lange geben würde. Das wusste ich einfach nicht. Hätten wir das gehabt, der wäre am Boden liegen geblieben. Der Skiräte zwei Nummern weitergezählt. Wir hätten gewonnen, ey. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare einfach gegen Donald Trump gekämpft. Level 100. Das war richtig geil, Mann. Ich bin raus, Freunde. Verabschiede mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Morgen geht's weiter mit WWE. Mit Assassin's Creed, meine ich. Haut rein. Check Instagram und so aus. Und ciao. Ciao.